Wer ist die reichste im ganzen Land? Model, Sängerin, Insta-Girl das Klischee, Spielerfrauen seien nur das schöne Anhängsel der Fußballer, ist sowas von überholt. Heute sind sie beruflich erfolgreich, unabhängig und haben ordentlich Geld. Doch wer ist die reichste? Hier ist die Top 5 der weltweit erfolgreichsten Spielerfrauen. Platz 5 Beria Barz 7 Millionen Euro Die hübsche Blondine ist Popstall und Freundin von Liverpool-Spieler Alex Oxloidic. Bekannt wurde sie durch die Fernsehshow X-Faktor. Mittlerweile ist sie auf dem rücken Teppich in Oseruid unterwegs und wird für Musikpreisen. Erst im November 2020 gewann die Griechen mit ihrer Bandplette Mixed-TV-Gesänger und der Kieper sind seit über 4 Jahren ein Paar. Wenn Alex nicht in Manchester Fußball spielt, leben die beiden gemeinsam an der Platz 4. Georgina Rodriguez 8 Millionen Euro Die spanische Schönheit ist die Freundin von Superstar Cristiano Ronaldo. Mit ihren 24 Millionen Followern auf Instagram hat sie zwar nicht die Reichweite ihres Freundes, ist aber als Werbegesicht sehr erfolgreich. Mittlerweile hat sie ihre eigene Bikini- und Taschenkollektion modelt. Sie hat zahlreiche Zeitschrift. Die zweifache Mutter besitzt ein geschätztes Vermögen von 8 Millionen Euro. Platz 3 Colleen Rooney 16 Millionen Euro Die Ehefrau von Wayne Rooney besitzt ein unglaubliches Vermögen von 16 Millionen Euro. Ihr Geld verdient sie unter anderem mit Kolumnen und als Buchautor. Ihr Ehemann und Rekordgeschütze der englischen Nationalmannschaft Wayne Rooney ist mittlerweile als Trainer tätig und hat sich ein wenig aus der Öffentlichkeit zu. Colleen hingegen macht immer häufiger mit kleinen Skandilchen in der britischen Presse auf sich auf. Zuletzt mit einem Spielerfrauenkrieg zwischen ihr und der Bihabadi. Angeblich habe Riddich- und Ausspielplatz 2 Shakira 220 Millionen Euro Die zweitreichste Spielerfrau der Welt ist niemand erinnert als Popstar und Ehefrau von Gerard Piquet, Shakira. Als Sängerin hat sie mittlerweile rund 220 Millionen Euro verdient, weitaus mehr als ihr Mann. Piquet hat schätzungsweise ein Vermögen von ca. 66 Millionen Euro. Die kolumbianische Sängerin und der Fußballprofi gelten als absolut. 2010 lernten sich die beiden beim Dreh von Shakiras Wokka-Wokka-Musikvideo kennen und haben inzwischen zwei Südplatz 1, Viktoria Becken, 416 Millionen Euro auf Platz 1 unseres Rankings und damit die Spielerfrau aller Spielerfrauen ist, Viktoria Becken, ehemaliges Mitglied der Girl Group Spice Girls und seit 1999 mit dem britischen Fußballprofi David Becken, Nachdem Porsche ihre Gesangskarriere an den Nagel gehangen hat, wurde sie einer den erfolgreichsten Modedesign. Ihr Privatvermögen wird auf 416 Millionen Euro geschätzt. Einer 20 Jahre Ehe für Kinder und vier Monate später sind die Becken uns immer noch total verletzt. Einer 20 Jahre Ehe für Kinder und vier Monate später sind die Becken uns immer noch total verletzt. Einer 20 Jahre Ehe für Kinder und vier Monate später sind die Becken uns immer noch total verletzt. Amen. Amen.